Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Global News und wie immer rufen wir jemanden draußen in der Welt an und schauen mal, wo der ist und was er zu berichten hat. Weiter geht's natürlich nach dem Intro. Heute rufen wir den Pujan an. Der Pujan ist irgendwo unterwegs und ich werde ihn jetzt erstmal anfonen und mal gucken, was er zu berichten hat. Ah, es klingelt gleich schon. Mal gucken. Ah, na? Hallo, Sascha. Hallo, Pujan. Na, wo bist du unterwegs? Ich berichte hier live aus Prag. Wir sind hier gerade auf der Karlsbrücke. Wir können das mal hier schauen. Du bist in Prag? In Prag, ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Meinst du, du bleibst zu Hause oder was? Du bist jetzt auf der Karlsbrücke, sagst du? Ich bin auf der Karlsbrücke, genau. Und wenn du mal schaust hier hinter mir, da kannst du nämlich auch einiges von der Karlsbrücke sehen. Natürlich sind hier eine ganze Menge Leute. Das sind aber alles Statisten. Die habe ich dazu geholt, damit es hier nicht so leer ausschaut. Und jetzt habe ich das Lavalier-Mikrofon verloren. So, zack. Und schon bin ich wieder da. Hörst du mich, Sascha? Ein Profi. Ein Profi vorm Herrn, genau. Also alles Statisten hier. Ja, ich bezahle euch später. Geht bitte weiter. Ihr kriegt eure Kohle später. Das ist ja echt eine Katastrophe. Ah, gut. Bei dir alles gut? Worum steckst du? Ja, ist er weg. Er ist weg? Tja. Ist er aufgelegt oder was? Das klappt ja super mit dem Herrn Pujan. Oh, aufhalten. Ah, klappt ja super. Ah, da ist er ja. Da ist er wieder. Hervorragend. Magen dann. Genau. In Tschechien ist ja die Telefonie nicht so weit verbreitet. Deswegen kann es ja sein, dass wir da noch in der Steinzeit sind. Genau. Hier läuft jeder mit seinem eigenen Satelliten rum, weil die eigentlich wirklich schon sehr ... Achso, nee, du hast gesagt, die sind nicht so weit. Ja, stimmt. Nicht so weit. Buschtrommeln ohne Ende. Die Leute schreien sich an. Ja, ist doch gut jetzt. Also echt. Was ist denn los bei dir? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass ich jedem Zehner in die Hand drücke, wenn er hier langläuft. Und irgendwie wird es jetzt gerade ein bisschen viel, muss ich sagen. Ist da so viel los? Hier ist richtig was los. Ja klar, ist halt die Karlsbrücke. Und Schoki-Banoki ist vor Ort, da spricht sich rum. Und wenn sich das rumspricht, dann kann man hier auch mal sehen, wie viele Leute hier sind. Alles Schoki-Banoki-Fans. Und dass sie sich zurückhalten können, mir nicht um den Hals zu fallen und mein Autogramm von dir zu bitten, das ist schon wunderbar. Ja. Bei den Tschechen weiß man ja, die sind so ein bisschen zurückhaltender. Äh, echt? Ja. Ah, okay. Okay. Ja, genau. Aber du bist auf der Karlsbrücke, hast du gesagt? Ich bin auf der Karlsbrücke, so schaut's aus. Wenn du auf der Karlsbrücke bist, weißt du denn, wie lang die Karlsbrücke ist? Ah ja, die geht von hier bis dahin, würde ich sagen. Nee, nee, wie viel Meter? Schätz mal, du stehst ja drauf. Also, ich bin jetzt, ich bin jetzt so ungefähr auf einem Drittel und mein geschultes Auge, das ich in jahrelanger Abstinenz von Fahrtfindern und Ähnlichem trainiert habe, sagt mir, dass wir jetzt gut und gerne, also ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen und ohne viele Umschweife, also auf den Punkt gebracht, würde ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, so 200 Meter sind das hier und bis dahin sind es vielleicht nochmal so ein Kilometer, ich sage mal 1,2 Kilometer. 1,2 Kilometer, die Brücke? Ja. Nein, falsch. Also, dein geschultes Auge ist sehr schlecht geschult. Du weißt das besser, oder was? Ja, dann erzähl mal. Ja, ich habe ja recherchiert. Okay, und? Ja, die Karlsbrücke ist 516 Meter lang. Ja, du hast nur die obere Hälfte gerechnet, aber man muss ja auch wieder zurück. Ja, ja, genau. Hin und zurück hast du gerechnet. Hin und zurück. So, und wenn du hier bei dem einen Stand mal stehen bleibst oder hier bei den Musikern auf der linken Seite, da kommen halt nochmal ein paar Meter dazu, ja? Na klar. Das ist halt so. Und ich schwitz mich hier gerade übrigens zu Tode. Nur für euch, liebe Schoki-Banoki-Fans. Oh, mein Assistent gibt mir gerade was zu trinken. Aber jetzt, wo du auf der Karlsbrücke bist, und du bist ja im Schätzen super, habe ich gerade gemerkt. Was denkst du denn, wie breit die Karlsbrücke ist? Oh, das machen wir mal direkt. Da gehen wir mal hier, schrittweise gehen wir mal vor. Laufen wir ab, genau. Kameramann, komm mal hier zu links, bitte. Nach links, genau. Und jetzt machen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Achteinhalb Meter, würde ich sagen. Stimmt das? Achteinhalb Meter bist du jetzt gelaufen, aber wie breit ist die Brücke? Naja, die Brücke hat überall nochmal so anderthalb Meter drauf. Also, achteinhalb plus drei, mach elf, mach zwölf drauf. Komm, scheiß drauf. Ist auch ein guter Tag, mach zwölf. Also, du bist knaller, ehrlich. Du sagst, du hast achteinhalb Meter abgeschritten, anderthalb Meter drauf. Ach komm, mach zwölf. Es sind genau zehn, du Nudeln. Anderthalb auf jeder Seite, verstehst du? Achso, du hast die Pfeiler mit den Statuen nicht dazu gerechnet. Also, das mit der Recherche, das musst du wirklich auch besser machen. Es sind genau zehn Meter, hallo. Ja, zehn Meter Fußweg, wenn man so will. Mit dir, äh, Mauerrand, Mauerstein. Du bist ja auch um keine Ausrede verlegen. Da kannst du halt schauen. Ja, das war's von der Karlsbrücke. Oder hast du noch eine Frage an einen Local wie mich? Ich hab noch eine Frage, noch eine Frage, um dich mal bloßzustellen. Weißt du denn, welcher Fluss darunter durchführt? Klar. Und du? Ja, ich weiß es auch. Aber sag du's mir doch mal. Ich würde sagen, das ist die Moldau. Ah, Respekt und Anerkennung. Warte, ganz kurz. Siegerpose. Alles klar. Ja, das war der Pujan aus Prag von der Karlsbrücke live. Genau. Wir sprechen uns wieder. Das nächste Mal, wenn es heißt Schucki-Barnucki-Global-News, gibt's ordentlich was aus Wien zu hören und zu sehen. Aus Wien? Du fällst jetzt weiter nach Wien. Ich glaub mir, ich hätte gleich ein Fahrrad, dass es hier gang und gäbe. Und dann radel ich nach Wien. Kann ein paar Wochen dauern. Ich freu mich drauf. Alles klar, bis dann. Ciao. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie.